Hallo und herzlich Willkommen zurück in einer neuen Aufnahme von Minecraft with Spawnboard. Wir sind zurück und die letzte Aufnahme ist schon, glaube ich, zwei Wochen her. Und da ist Niklas gerade verschwunden. Du hast es jeder mal. Ähm, und ähm, boah, das ist fies. Ach komm, Alter, wasch. Die ist doof. Ich geb dir gleich, die ist doof. Ich hab anders vorhin auch was angeschrieben. Was? Und dann hast du mir auch was angeschrieben. Weißt du, was machst du denn ohne Milch? Zickig. Weiß alles. Ist witzig, nur unter Alkohol. Ist witzig, nur unter Alkoholentfluss. Also muss ich mir jetzt wohl jedem Milchplay was antrinken oder was. Damit das dann auch schön lustig ist. Das ist ein Plan. Oh ja. Ähm, hast du hier eigentlich schon weiter gebaut an deinem Türmchen? Ja, das sehe nur ein bisschen. Ach, hier ist der ganze Quarz drin. Wie viel Quarz hast du denn bitte gesammelt? Ganz so viel. Wie viele Jahre warst du denn da unterwegs? Einige. Ja. Ja. Ja, dafür, dass die letzte Aufnahme erster Wochen her ist und das jetzt eine Woche weg war. Jo. Ich hab einen Plan. Ich hab einen Plan für diese Folge. Das geht dich gar nichts an. Wo steckst du? Weg. Ne, ich brauch Schere. Äh, Schafe hab ich keinem gefüttert. Da hab ich kein Pfeil dabei. Äh, war das nicht hier drin? Ja. So, und ich hab irgendwie ein Goldnugget dabei. Ey, ich hab noch Quarz, Niklas. Und? Ja, okay. Echt? Vor allem, ich hol mir da zwei Eisen raus und hab noch Eisen im Inventar. Mein Gott. Die Aufnahme ist eindeutig zu lange her. Ja. Das ist so laut für mein Minecraft. Also, dass ich echt was höre, meinst. Oh, muss mich leiser machen. Ja, oder Minecraft lauter. Ja, such dir was aus. Ist mir egal. Ich hab Minecraft relativ leise. Ah, jetzt höre ich es. Ähm. Ähm. Ich wollte irgendwas in eine Kiste tun, ja. Äh, ich muss doch jetzt das Wagenau umbauen. Ja, das kannst du ja machen. Ich geh jetzt meinen Plan umsetzen. Was ist denn Plan denn? Geht dich gar nichts an. Übrigens wollte ich eine Villa bauen. Echt? Wo denn? Ja, hier vorne auf der... Wenn du von dem Berg stehst. Äh, links auf dem Berg irgendwo. Da? Ja, vorne. Okay. Ja, das sieht bestimmt cool aus. Mit ganz viel Quarz. Ja, genau. Äh, du kannst ja dann das Ganze hier beziehen, das ganze Haus hier beziehen dann. Meinetal. Boah. Ja. Und weißt du, der lässt mich da in dieser Gammelhütte wohnen, der zieht in die Villa. Ey, ich wär mir relativ genau vorzubauen. Und... Das ist es nicht. Oh, guck mal, Schäfchen. Wir haben gefüttert. Oh, jetzt sagen wir mal, ich mach den Turm weiter. Äh, ich mach den Turm weiter. So. So. Ich hatte kurz überlegt, Minecraft ab jetzt mit Facecam aufzunehmen, aber... Keine Ahnung. Keines. Ich seh immer so scheiße aus. Ich stopf immer wie so ein Gammler rum. So richtig ungene auf... Vor allem noch mit nassen Haaren und Dutt auf dem Kopf. Und dann diese komischen, ähm, Kopfhörer dann noch. So. So, meine Schäfin, könnt ihr jetzt bitte ne Runde fressen, ich brauch noch mehr Wolle. Ja, klar. Jetzt bringt's doch nicht viel, das Ganze anzukündigen, aber wir haben jetzt ein Intro. Hä? Ja, wir haben jetzt... wir haben ein Intro. Jetzt bringt's nicht viel, das Ganze jetzt anzusagen. Ja, das würde gar nichts bringen, weil das kommt schon morgen. Also wir haben heute den... Am 18., an dem wir das aufnehmen, und die Folge kommt irgendwann, keine Ahnung wann, weil wir noch ganz viel davor aufgenommen haben. Ähm, und, äh, ja, das kommt dann so am 18. kommt dann die nächste, also morgen kommt die nächste Folge mit einem Intro, und das ist so cool geworden. Ich liebe dieses Intro. Ich freue mich so darauf, das mit hochzuladen. Hat da irgendwie das Schafe was gefressen? Wir brauchen noch mehr Schafe, Niklas. Ja, ich bin es da gestern ein bisschen zu schnell. Zu schnell für dich? Ja. So, ich geh... ich geh noch ein bisschen Weizen holen. Äh, ich hab... guck mal in die Kisten, die bei der Mühe stehen, da müssen nur Mais noch drin sein. Und ich hab dir aber gerade immer erst gefüttert, ne? Vor fünf Minuten. Wow, wow, Niklas, da ist ein Weizen drin. Achso, ja stimmt, ja. Achso, ja stimmt, ja. Haben wir oben noch Weizen, oder muss ich ernten? Äh, kannst du ernten. Ja, wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Wo ist er denn hier? Die Felder haben noch drauf, ne? Ja. Ja, drinnen. Äh. Weil ich brauche Wolle. Du brauchst Wolle, dann musst du nicht hingucken, ob du Schafe findest, dann findest Wolle. Ich brauche viel Wolle. Ja. Und viel Farbstoff. Da haben wir auch noch Wolle hier im Lager drinnen. Keine Ahnung. Also man hört Papa bisschen schnarchen. Echt? Ja. Ja, ich kann auch nichts dafür, dass ich mir ein Mikrofunze... Wir haben noch elf, wir haben noch elf Wolle drinnen. Ja, Mann, das ist zu wenig. Ich brauche mehr. Was brauchst du so viel? Einen Teppich reinzuknallen? Nein, kein Teppich. Was dann? Ja, geht dich nichts an. Oh, oh. Jetzt kommen die hier alle angelaufen. Jep. Daran müssen wir gucken, ob wir hier dann einen Fisch gefunden haben stellen. Kann ja nicht so schwer sein. Okay. Okay. Die kommen hier ein bisschen auf einmal an. Wenn du mit Reizen kommst, dann die für euch zu diesem... Okay. Die haben schon Babys gekriegt. Wollt ihr vielleicht noch? Du vielleicht noch ein Baby? Wollen wir ein Baby? Wenn du das Mensch fragst, dann hast du gut. Wollt ihr Baby? Ihr wollt ihr Baby? Das ist falsch. Das ist, als ob du einfach jemanden so ein Baby andrehst. Hier, nimm mal. Bitteschön. Komm. Sieh zu, wie du klarkommst. Nur. Ich hab ne Idee für eine Folge. Wollen wir ein Baby? Das kommt mir schon gut bei uns zu schauen. So, ich hoffe, es klappt jetzt alles auch mal mit meinem Upload, weil ich es im Hintergrund noch hoch. Ne, meine Freunde, ne, hier. Komm, wollt ihr Baby? Baby? Könnt ihr bitte mal ein bisschen was fressen, damit ich hier ein bisschen Wolle hab? Ich hab erst 33. Das reicht nicht. Ich brauch ein bisschen mehr. Oder du musst ein Titel schreiben, Sarah Pink schickt Baby. Ja, ich brauch auf jeden Fall ganz viel Farbstoff. Achso, welchen denn? Egal. Vollkommen egal. Rot, lila, alles mögliche. Grau. Aber am besten was Farbiges. Und gelb vielleicht? Es ist alles voll Blumen. Ja. Ich weiß. Ich weiß, wie das geht. Soll ich es mit der Labe lassen oder soll ich es überlassen? Hm. Ich weiß, ich seh von hier aus nichts. Es ist mit der Labe in meinem Berufs. Mann, kannst du mal erwachsen werden? Ihr auch? Ihr alle? Ich hätte ja gern so ein Leuchtfeuer, aber das können wir nicht bauen. Warum? Irgendwann in der Nähterchen brauchen. Das müsste durch den Wetter erst mal erwacht werden. Auch wenn da finde ich auch eine Gasträne oder sowas. Weißt du, die kleinen Babys, die fressen hier schön nur ihre Eltern nicht. Oh, da. Hallo. Komm immer so schön zu Mama. Du bist die Mama von Chefchen in mir. Äh. Das wäre genetisch nicht möglich. Warum? Also, wenn jemand in den Hintergrund schnarcht, das ist dann Fatih. Ein Fatih? Unser Fatih. So. Noch mehr? Was? Was? Ich bin scharf! Okay. Okay. 44 reicht fürs Erste. Nein. Ihr kriegt nicht noch mehr Weizen. Nein. Du hast nichts. Nein. Ich bin vielleicht nett, aber auch nicht zu nett. Ja. Boah, hier ist noch voll viel Eisen drin. Hier unten in den Kisten. Da läuft einfach ein Schaf durchs Feld. Gib mir deine Wolle. Gib mir deine Wolle. Danke. Ups. Ich hab's weggeboostet. Gib mir deine Wolle. Ja. Gib mir deine Wolle, Niklas. Ja. Das ist auch noch ein Schaf, aber ich hab jetzt 47. Das sollte ja fürs Erste reichen, um vielleicht schon mal anzufangen. Ah ne, ich brauche noch Farbstoff. Stimmt ja. Ja. Ich bin zu doof zum Rennen. Ja. Das gibt's nicht so alle Laufentasten, ne? Echt? Ja, die gibt es. Wie heißt die? Ja, die muss zwei. Äh. Stopp, das hab ich schon mal gemacht. Du hast keine Chance gegen mein Schwert. Hab ihn kaputt gemacht. Oh mein, jetzt kommen die hier alle angelaufen. Oh mein, jetzt kommen die hier alle angelaufen. Ja. Lass mich in Ruhe mein Zeug suchen. Ich brauche doch nur Blumen. Ich brauche nur Blumen. 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 Ich brauche nur Blumen, zwar farbige. Das war so schlecht. Tschüss, Leute. Bis bald. Hä? Mit dir rede ich nicht. Mit dir rede ich nicht. Was bist du? Ich rede mit meinen Skelett-Freunden. Ah, ja. Die nicht meine Freunde sind. So. Diggaß, eigentlich könntest du ja wissen, was ich baue. Wolle. Äh. Farbig. 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 Du wirst nicht mehr bauen. Nein. Das hab ich natürlich doof gebaut. Ah, Diggaß, das ist schlecht, wenn du doof gebaut hast. Oh, legenweil. Ich hab jetzt... Ich will jetzt keinen Treppenhaus mit. Naja, ich hätte gern was lilandes. Lilandes. Lilander Farbstoff. Du kannst Teppiche bauen. Ich weiß, ich brauche aber keine Teppiche. Ich brauche Wolle. Wolle, vielleicht brauchst du Wolle. Ja, rate doch einfach. Bett? Ja, natürlich ein Bett, Niklas. Deswegen brauche ich auch so viel Wolle. Ich will drei Millionen Betten bauen. Yay, Betten. Drei Millionen Betten. Sarah hat Betten gebaut. Wow, da kann man schlafen. Hat sie aber nur nichts von. Aha. So. Oh nein, dahinten ist so eine hässliche Hexe. Weg mit dir. Ich versteck mich sogar hinter... Hallo. Greif die mich einfach von hinten an? Was ist denn das für Hinterhalt hier? Ne, Niklas? Wieso hast du jetzt so gelacht? Ne, so. Ne, so. Ne, so. Okay, ich kann es mir denken. Du hast bestimmt wieder zweideutig gedacht. So ungefähr. So ungefähr. So ungefähr. So ungefähr. So ungefähr. Das macht man aber nicht. Ne, so. So, ich habe grauen Farbstoff. Ich habe gelben Farbstoff. Ich habe roten Farbstoff. Da hinten ist rosa! Ja, willst du dir einen Regenbogen bauen? Ja, auf jeden Fall. Regenbogen sind voll toll. Ah nein, ich möchte mir keinen Regenbogen bauen. Nicht, weil meine Zuschauer wissen, was ich baue. Was ich bauen möchte. Wofür ich diesen ganzen Kram hier sammle. Die Vorrestate sind mit Äppiche und Betten. Ja. Aber man kann ja auch was anderes bauen. Vielleicht etwas, was nicht soooo mit Crafting zu tun hat. Ich will es dann sehen. Da muss er bestimmt lachen, wenn ich das mache. Du willst den Penis bauen? Was? Mindestens ein Erdpenis. Minimum. Minimum. Oh, Orangene! Ich habe eigentlich ziemlich schon Hunger. Kann ich nicht weiterhelfen? Hallo, ich möchte gerne diese Blume! Danke! So. Hält man Papa echt so laut? Ja. Aus dem Untergrund einfach pett. Ich kann auch daran liegen, dass meine Leuchttöcke so hoch ist, aber naja. Da hinten brennt einfach alles. Hm. Aber ich sehe da auch nichts besseres, als was ich bisher gefunden habe am Farbstoff. Naja, ich versuche es. Ich mache jetzt erstmal damit, was ich habe. Danach kann ich ja immer noch suchen gehen. Was hast du denn? Ja, geht dich nichts an. Das ist doof, ey. Habt ihr das gehört? Ich bin doof. Bestimmt findet ihr mich auch doof, weil ihr auch keine Ahnung habt, was ich, was ich Schönes bauen möchte. Vielleicht möchte ich einfach nur diese Welt verschönern. Ah ja. Wenn du das machen willst, dann mache ich. Mach ich auch. Ich werde jetzt... Es wird sich was in die Lüfter eingehen. Ja, das ist ja, Florian. Du hast unsere Krankfolge jetzt hier nicht oben, ne? Bitte? Die Krankfolge, wo der in der Kiste liegt, haben wir noch nicht oben, ne? Nein. Da müssen wir das Handeln noch machen. Fein und so weiter. Oder im Video, ja. Oder? Müssen wir mal gucken, wir machen das schon. Ja, ist ja nur. Das da oben sieht ja schon ein bisschen so, so ein bisschen Borg-lastig aus. So ein bisschen. Meinst du deine Hütte? Ja. Meine Hütte? Das ist immer noch unsere Hütte. Du hast deine Welle noch nicht. Du wirst mich ja in dieser Dreckshöhle leben lassen. Du wirst alles negativ sehen eben. Du willst mich in dieser Drecks. Wolle, 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 wo ist die volle Kiste? Ja, am Eingang rechts. Wolle Färbung. Ach, hier ist ja... Weißt du, hier steht Wolle drauf. Was ist da drin? Weiß möglich. Quarzsäule, Schallplatte, Sticks, Grasblöcke, Kohle, Eimer... Mann, das macht sowas von Sinn. Eine Wolle-Kiste, eine Wolle-Färbung-Kiste zu haben und dann sowas. Ja. Was ist da noch nicht, ne? Haben wir überhaupt eine Wolle-Kiste? Ja, war doch die. Ach so, da ist noch elf Wolle drin. So. So, jetzt muss ich das nur... ...schön färben. Wieso hab ich gestern Grasblöcke bei mir? Ja. Okay, jetzt... Ich bin so doof. Nikas, kannst du mal aufhören? Danke. Ein bisschen Spaß, ey. Ein bisschen Spaß muss sein. Dann ist die Welt voll Sonnenschein. Aha. Ja, bitte. Dankeschön. Okay, so ging das nicht mehr. Okay, warte, Moment. Ach. Einfach so. Okay, ich hatte bestimmt hier noch irgendwo roten Farbstoff. Bis nächstes bisschen. Ja, du bist auch doof. Seien wir doch mal ehrlich. Das ist so negativ, ey. Ich bin nur Niklas-Ärger-Laune. Unmöglich. Hab dir das gehört? Ich bin unmöglich. Gar nix mehr. Auch ne Idee. Einfach gar nix mehr sagen. Kannst sagen... Niklas hat uns... äh... Stumgeschalt. Hat sich Stumgeschalt. Ein bisschen graue Wolle. Glaubst du nicht, dass ich grau benutzen werde eigentlich? Aber ich hatte doch noch Orange, ne? Regenbogen. Nein, immer noch nicht. Stum bauen. Ja, das... das siehst du dann. Okay, schwarze Wolle kann man auf jeden Fall nicht mehr färben. Äh, doch. Kannst du einfach mit weiß... Bäumen einfach versetzen, dann kannst du nichts wieder weiß. Ach stimmt ja, das kann man ja auch machen. Oh ja. Mal zu grau machen. Weiß nicht mehr so genau. Ich glaub, die werden... Das macht auch weißen Farbstoff... Ne, das macht auch hellgrauen Farbstoff. Das ist aber auch scheiße. Du kannst einfach die Schafe färben, wenn du sie brauchst. Ne, das möchte ich nicht. Ich mag unsere weißen Schafe. Die kannst ja mal so färben, wie du willst, ne? Also, die kannst du auch so färben, ne? Ich hätte Knochen dabei gehabt, ich bin so doof. Okay, ich will anwürdig keine Graue. Ich kann... Das geht nicht. Schwarze Wolle weiß färben. Und dann... ...und dann... Okay.